Beziehungs-Chaos und Gerüchte, wie steht es um die Liebe bei den Wollnys? Warum ausgerechnet die Wandgestaltung im Schlafzimmer den Beziehungsstatus verrät? In der Vergangenheit hat es bei den Wollnys bereits eine Menge Beziehungschaosse gegeben, die Trennung von Silvia und ihrem Ex-Mann Dieter belastete die Familie sehr. Doch inzwischen ist das Familienoberhaupt Silvia in einer neuen Partnerschaft mit Harald Elsenbast. Auch der Nachwuchs ist in festen Händen, doch bereits im vergangenen Jahr gab es mehrfach Gerüchte darüber, dass sich in der Großfamilie eine weitere Trennung anbahnt. Die Wollnys umgeben von Trennungsspekulationen, ist Saraje noch mit ihrem Freund zusammen? Es ist eine Frage, die bei Familie Wollny oft gestellt wird, seid ihr noch mit euren Partnern zusammen? Immerhin sind die Reality-TV-Stars zum Teil mit ihren Partnern ins Rampenlicht gekommen. Die Zuschauer scheinen daher keine Skrupel zu haben, offen die Trennungsfrage zu stellen. Von den Trennungsspekulationen ist hauptsächlich Sarajean Wollny betroffen. Da sie in der RTL2-Sendung kaum noch zu sehen ist, interessiert es die Fans natürlich brennend, wie es Silvias Tochter geht. Nachdem Sarajean kryptische Zeilen in ihrer Instagram-Story gepostet hatte, befürchteten die Fans eine Trennung von Freund Timosch. Doch die Wandgestaltung in ihrer Wohnung verrät ihren aktuellen Beziehungsstatus. Die Enthüllung, Sarajean Wollny gibt versteckten Hinweis auf Beziehungsstatus. Ist die Wollny-Tochter wirklich wieder Single? Das große Bild in ihrem Schlafzimmer verrät alles. Mitten über ihrem Bett hängt ein riesiges Selfie von ihr und ihrem Freund Timosch. Während die TV-Bekanntheit über ihre Abnehmpläne spricht, können die Follower das niedliche Bärchenfoto im Hintergrund bestaunen.